Das finde ich aber irgendwie schon ein bisschen doof verteilt. Meine, wie war das nochmal so passend gesagt, 90% von diesen effektabhängigen Sachen treffen bei dir immer rein? Aber wenn du es auf den Gegner ansetzt, 10%. Ich glaube, das habe ich hier nur aus Wut gesagt, weil mir kommt es irgendwie immer so vor, wenn Verwirrung ist, ich treffe mich immer. Das kommt mir immer so vor. Also ich muss aber wirklich ehrlich sagen, wenn ich mir das so zum Beispiel bei Make bei Pokemon angesehen habe, würde das echt passen. Es ist aus irgendeinem Grund, ich verstehe es nicht, wieso, wenn du verwirrt bist, warum du dich andauernd triffst und wenn der Gegner verwirrt ist, das so gut wie nie funktioniert. Ich verstehe es einfach nicht. Ja, stimmt aber auch, was du meinst. Es mag sein, dass mir das vielleicht auch nur so vorkommt, aber dass ich vielleicht am Verfolgungswahn leide, aber was soll's. Nee, also mir ist das auch immer aufgefallen. Die nehmen selten mal Schaden, aber machen immer die Critical Hits etc. Warum bin ich jetzt so vorangegangen, Idiot? Dann stelle ich eben hier nochmal ein paar Mal drauf. Ich lebe noch, wacke, du Penner. Ich bin zu eigentlich. So, jetzt gehen wir mal ein paar Böckchen von ihm jagen. Die Landungsboote von dem wollen wir nicht gefallen. Passt zum, das Vieh lebt noch. Geh mal sterben, Junge. Kann ich ihm Versterbehilfe leisten? Das hier weg. Der Typ geht mir aber auf den Senkel. Der ist eine ticken sturer als da. Es ist halt, dass der da mal weggeballert wird auf seinem Gebäude. Verpiss dich. Ganz genau. Das ist meins. Verpiss dich. Arsch noch. So. Aber was Gebäude angeht, sieht es ja eigentlich ganz gut aus momentan für dich. Ja, momentan. Aber jetzt schau dir mal an, wie du hast, der vorrückt. Und denk dran, du kannst immer noch Sachen bauen, also... Ja, was meinst du, worauf ich spare? Weiß ich nicht. Ich brauche erstmal ein bisschen großes Kriegsgerät und ein paar Lötchen hier. Bei der nächsten Aktion ziehe ich dann mal so zwei Trommaten-Paxi her, damit ich da hochduckern kann. Mhm. Und jetzt nehme ich mir erstmal den Landungsboote vor. Bevor du noch auf die Idee kommst, da müsst du von der Flanke hereinkommen. Aber der produziert schon ein bisschen durchdacht als kann bei. Das hat mir aber auch schon fast gedacht. Na 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 na. Bist du's? Du willst echt auf die Fresse. Ist mir jetzt auch scheißegal, ob mein Fußvolk dabei drauf geht. Die sind eh nur zum Blockieren hier. Und er hat nämlich das Problem, wenn ich ihm jetzt die Dinger hier zerlegen könnte... Ach, na klar, mein Kahn ist abgesoffen. Blub, 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 blub. Hm. Naja, also auf jeden Fall, solange das Ding blatt ist, kommt er nicht auf die Idee von der Seite reinzukommen. Dann muss er sich nämlich mit der Brücke begnügen. Bäh, 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 bequem. Bla. Ja, man merkt schon, mein deutsches wird auch für den Arsch. So, du... Video ist fertig gerendert. 2. Yay. Mich wundert es eigentlich, dass mein Rechner hier die ganze Zeit nicht abschmiert, weil... Ich zock selber, hab den noch gerendert und hab bei dir die Übertragung laufen, also... Ist eben imbaut. Mein Rechner ist nicht imbaut, er hält Fraps nie aus. Egal, was ich mit Fraps aufnehmen will, er hält's nie aus. Ist Fraps zu stark, bist du zu schwach. Es ist leider so. Na gut, vielleicht hat es ja mal seinen Tag gehabt. Hm. Sein guten. Mal schauen, kann ich hier entleeren? Ich kann. Gut. Jetzt ist es, hat ein Duster, mein Freund. Aber man darf den Kerl echt nicht unterschätzen, der hat ein paar fiese Tricks drauf. Hm. Also der spielt's in der Preisklasse von Igel. Ey lol, ich setz Kung-Fu-Strahl bei dem einen und sein anderes Vieh, Kung-Fu-Strahl an mir. Jetzt geht's wieder los. Kung-Fu-Strahl, ich liebe ihn. Ja, natürlich. Er kann, er zieht's durch. Mhm. Er zieht seine Attacke durch. Super, jetzt ist Ren verwirrt und verliebt. Oh Gott. Und? Und es hat, ja, na okay, aber es geht durch. Wow, meine Attacke geht durch. Nee, mit zwei Nerveffekten. Wie geht das denn? Lustig. Alter. Gneedig heute? Wer weiß. Oh, verpiss dich, Sackgannabis. Cannabis, pflanze du. Hm, Cannabis. Ey, ich meine, Drogen sind böse. Ich bin der Finger weg von Drogen. Genau. Sonst endet ihr wie ein Splicer unter dem Meer. Unter dem Meer. Der Gegner hat sich mal selber verletzt durch Verwirrung. Oh, du cheatest. Echt mal. Dennis starr vor Liebe in einen Kegleon. Oh mein Gott. Renn. Wenn man rennt sich mal verliebt. Hey, du weißt doch, wo Liebe hinfällt. Okay, das bin gar nichts. Das wäre mir aber nicht gefallen, was er da unten treibt. Mal kurz kontrollieren. Eins, zwei Gebäude. Drei, vier, fünf, sechs, sieben. So, und hier oben haben wir acht, neun. Die werden jetzt gleich eingenommen. Ja, mal gucken. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Ja, klar. Und das da unten muss ich dann kämpfen. Das wird lustig. Weil ich schon zum kurzen finde, dass die Fabriken und das Hauptgebäude auch noch als Gebäude gezählt werden. Wenn es dann heißt wortwörtlich, du sollst zwölf Gebäude erobern. Dann werden wir mal ein bisschen genauer auf einmal. So, setzen wir dann hinter der Front ab. Hier, neben hier, dann könnten wir vielleicht was reißen. So, ah, in die Skarpe, die kommt mir sehr gelegen. So, räumen wir mal ein bisschen auf hier. Weg mit dem Geschmeiß. Ihr seid scheiße. Und hier kommt ihr nicht durch. Das ist mein Platz. Mein Spielzeug. Und wie eiserner ignoriert er sich hier oben rucke. Er hat auch keinen Bock mehr. Der will mal da oben machen. Warum auch immer ich gerade den Geflag genommen habe und meine Kohle verbraten habe. Hm. Pfff. Whatever. Nützlich kann es immer irgendwie sein. Nur zum Straßenblockieren auf jeden Fall. Ich will jetzt gerade echt darüber liegen. War der Regen jetzt eine Fertigkeit oder war es Tsunami? Oder war das ein anderer, wo Tsunami ist? Das war Tsunami. Ich habe es vorhin ja gesehen. Oder war das was anderes mit dem Flächenschaden? Wechsle ich da jetzt schon wieder irgendwas miteinander? Oder? Moment. Matsunami auch wegen der Beweglichkeit? Ach, scheiß drauf. Ich weiß es echt nicht mehr. Aber irgendeiner hat noch so einen Flächenschaden drauf. Ich weiß es gerade noch nicht mehr, ob es jetzt wirklich der gewesen ist oder der Endboss. Naja, Endboss ist auch nochmal so ein ganz anderer wahrscheinlich, ne? Oh, das ist ein ganz wieses Arschloch. Also die Fertigkeit von dem... Atombombe! Äh, naja. Er ist sowas in Richtung Weltuntergang. Oh. Aber das ist eine andere Geschichte. Doch dies, meine lieben Kinder, ist eine andere Geschichte. Und das war's von eurem Böhrunkel Peter. Peter. Peter der Mede. Ja. Eieiei, das wäre mir nicht gefallen, was er da unten an Belagerungen betreibt. Mir auch nicht. Das ist scheiße irgendwie. Jetzt nervt er damit auch noch wieder rum. Äh, naja. Egal. Jetzt war er sich ein Ast. Hat's mich halt den Kahn gekostet, das ist auch jucke. Das ist aber halt aus dem Problem. Eine Nussschale. Solange ich da oben noch zwei Mannequins stehen habe, zieht er einen Teil von seinen Einheiten ab. Das finde ich schön. Und beschäftigt er sich nämlich mit was anderem. Hat er was zum Spielen. Und Schokolade. Eben. Und in der Zeit ziehe ich einfach schön meine Einheiten daher. Ach doch, Tsunami macht doch Flächenschaden. Das ist fies. Aha. Oh, Psyana lernt was Nettes. Was denn? Ähm, Psycho Plus. Nett? Ja. So, jetzt bin ich ja mal gespannt. Moment mal. Kopiert Effekte des Gegners und gibt sie so ein... Okay. Oh. Das habe ich nicht. Okay, das könnte Aua machen. Ach, egal. Ich riskiere es. Der ist weg. Den entfrischen daher. So. Hat er wieder was zum Haten. Hassen, 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 hassen. Hass ist schön. Hass ist gut. Und schmeckt nach Erdbeeren. Und gut für die Verdauung. Ganz genau. Und ich freue mich schon wieder auf die geistreichen Kommentare. Aber du spielst zu defensiv. Das muss man ja manchmal sogar. Sonst kommt Nell wieder an und sagt, Neeeein. Ich hasse dich. Oh, das finde ich schon schön, dass du mir den Transporter da hinstellst. Zum Abballern. Ja. Boing. Vielen Dank für dieses geistreiche Ziel. Verstanden? Geistreich. Leute drin. Haben alle einen Geist. Das war nicht lustig. Nee, ich weiß. Was würde ich jetzt für ein paar Flugzeuge geben? Und schon wieder. Ich wollte einen Raketenwerfer und kaufe eine Flak, bin ich dämlich. Sau dämlich. Ja. Raketenwerfer wären hier sehr praktisch. Oh ja. Jetzt habe ich halt nur das Problem. Mein Landungsboot ist Schrott. Mein U-Boot ist in Schrott. Ich hoffe mal, er guckt jetzt nicht auf den Trichter und geht auf die vier Kräuter da unten. Boah, geil. Habe ich viel Geld bekommen durch das Turnier. Hm. Klingt gut. Das gefällt mir. Alter! Wenn mir gleich der Baum von draußen in die Fresse fliegt, dann weiß ich, was los ist. Angriff der Klopp. Oh, was kriege ich jetzt dank so'n Drecks-TM, was Sandstorm heißt. Oh, ist ja niedlich. Kannst du deinen Gegner Sand in die Augen streuen? Du, ich habe einen Angriff, der... Also, ein TM, der ist genial. Hm? Erdbeben. Oh. Ich habe TM als Erdbeben. Ja, Erdbeben als TM meine ich. Du meinst den ollen Scheiß, den jedes Vieh wirklich in jeder Edition lernt? Du, wir reden jetzt von Tohomon, nicht von dem normalen Pokémon. Da ist das natürlich eigentlich eine relativ seltene Attacke. Stimmt, ich habe es wieder verwechselt. Heilen ist gut. Mhm. Ah, da oben tobt er sich an meinen Gebäuden aus. Mach's doch nochmal. Echt mal. Lass ihn spielen. Eben, solange er von der Insel fernbleibt, ist mir alles recht. Ähm, du ziehst auch mal vor. Hm. So, der Raketenwerfer von unten hat auch wenig Power. Dann drücke ich halt vor und mache dich so blatt. Was hältst du davon? Was magst du nun? Oke, sollst du ballistic eins Rice bonesIn認識? Man. Wie habt ihr die Tatone? Und dann sch Pamst du die Tatel auf. Was legst N сотрудigen auf. Ja und zwar. Und dann in Patwe spirerKing. Até das in-病aren noch einmal mehr. Was wirklich gehört?